Der Hund kann auch bei Bedarf angekettet werden. Wollen wir das machen? Ja! Ja? Machen wir das. Ich glaube besser ist das. Lässt hier vorne eine Kette. Machen wir das so oben. Nein. So. Und dann geht es auch schon los mit unserem Dog Wash von der Firma iClean. Wir wählen einfach das Hundeshambo. 1, 2, 3, 4. Sehr angenehm warmes Wasser, mit dem wir jetzt den Hund hier abspritzen. Ne? Das gefällt dir. Ganz einfach. Ich bleibe dabei trocken und sauber, während der Hund super schnell und super einfach sauber wird. Auch für große Hunde gedacht, wie man sehen kann, alles wunderbar, geht super schnell. Dann waschen wir das Ganze auch schon wieder aus. So. Wunderbar. Das geht ganz ruckzuck. Und der Hund ist sauber. So. Auch auf der anderen Seite schön sauber machen. Genau. Dann kommt auch schon der Conditioner dran. Das können wir ganz einfach über unser Touchscreen-System auswählen. Das ist dafür da, das Fell schön sauber, weich und geschmeidig zu machen. Das Fell glänzt dann im Anschluss. Alles wunderbar, geht super einfach und super schnell. Auch das wird dann schnell ausgespült. Das Wasser ist immer schön in Körpertemperatur der Hunde. Also sehr angenehm für die Hunde. Auch jetzt ist jetzt der Conditioner ausgespült. Bei Bedarf kann man sich dann auch für ein Anti-Flohmittel entscheiden. Das wird dann nicht ausgespült. Das ist dann eine Art Leave-In Conditioning. Und das wird dann auch ganz einfach über unseren Tatsukui ausgewählt. So. Das bleibt dann im Fell. Tötet bereits vorhandene Flöhe ab. Und sorgt dafür, dass keine weiteren Flöhe ins Fell kommen. So. Und wenn das geschafft ist, kann sich der Hund ja vielleicht mal schütteln. Und wenn er nicht Lust dazu hat, wird der gleich von mir trocken geföhnt. Nein. Nein. So. Und dann machen wir das. Es geht ganz schnell. Fangen wir unten an. So. Und der Hund wird ganz schnell sauber und trocken gemacht. Trocken geföhnt. So. 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 Wie heißt der Kanada? So. 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 Warni Dann ein kleiner Applaus für unser Model Warni Warni ist jetzt sauber und glücklich und fertig Und das war es dann auch schon von unserem Dorfwasch von der Firma iClean So, unser Model kann jetzt gleich ganz elegant aufsteigen und ist bereit Wunderbar So, nochmal ein kleiner Applaus und das war Dorfwasch von der Firma iClean Jetzt können wir das Ganze nochmal ganz schnell desinfizieren ganzen Haare abspülen und dann ist Dorfwasch auch schon für den nächsten Hund bereit